Wir haben uns vorgenommen, heute diesen Gebetstag durchzuführen. Gott hat uns das in der Gemeinde aufs Herz gelegt, das nochmal zu tun, dass wir uns einen Tag des Gebets, auch des Fastens, nehmen, um Gott zu suchen, um uns wirklich nach ihm auszustrecken. Und das fällt uns schwer, in unserer heutigen Zeit, mit all der Prägung, die wir so mitbekommen haben, wirklich sich den ganzen Tag Zeit zum Gebet zu nehmen. Das ist schon crazy, irgendwie, in unserer Zeit. Aber ich glaube, dass Gott uns dazu anleitet, uns das vor Augen führt. Und ich hatte irgendwie im Vorfeld auch überlegt, ob wir weitermachen in Sprüche, aber ich habe irgendwie auf dem Herzen gehabt, eine andere Stelle mit euch zusammen zu lesen und die steht im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2. Und wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne aufschlagen. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen in die Predigt seines Wortes, tun wir das, was hier zuerst steht. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Das machen wir jetzt erst mal. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Danke, dass du uns, ja, dein Herz offenbart hast, ist, dass du ein guter Hirte bist für alle Menschen. Ja, du hast deinen Sohn gesandt, Jesus, als den guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe lässt. Du hast uns in Jesus gezeigt, den guten Hirten, der dem verlorenen Schaf nachrennt, bis er es gefunden hat. Wir danken dir, dass wir zu deiner Herde gehören dürfen, dass wir als Schafe, die in die Irre gegangen sind, zurückgekehrt sind zu dem Hirten und Aufseher unserer Seelen. Danke, dass du uns gefunden hast, dass du uns zurückgebracht hast. Danke, dass wir dich erfahren, erleben dürfen, als unseren guten Hirten, der treu ist, auf den Verlass ist, der uns nie im Stich lässt, der uns gut führt und leitet. Und danke für dein Wort, das, ja, das Wort unseres Hirten, der zu uns spricht, zu seiner Herde, der uns durch sein Wort leitet, der uns durch sein Wort ermutigt, der uns durch sein Wort, ja, die Wahrheit lehrt, der uns durch sein Wort seine Liebe zuspricht. Und wir bitten dich, dass unsere Herzen jetzt offen sind für dein Wort, dass wir dieses Wort, wie es in der Bibel heißt, mit Sanftmut aufnehmen, dass wir es in unserem Herzen aufnehmen, als gutes Land, dass es Frucht bringen kann. Wir wollen es nicht abstoßen, wir wollen nicht uns verhärten und uns abwenden, sondern wir wollen uns deinem Wort zuwenden und hören, was du uns zu sagen hast. Denn dein Wort, deine Worte sind Worte des ewigen Lebens. Dein Wort bringt Heilung, dein Wort hat Kraft zu retten. Danke für dieses kostbare Wort. Bitte segne dein Wort jetzt für uns. Amen. Wir sind, wie gesagt, hier im ersten Timotheus, Kapitel 2. Und hier steht, ich ermahne nun, wer ist dieser Ich? Das ist Paulus. Am Anfang des Briefes wird uns gesagt, Paulus, Apostel Christi Jesu nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, unserer Hoffnung. Paulus ist ein Gesandter, ein Botschafter. Er spricht nicht aus eigener Mission. Er schreibt hier nicht aus eigener Mission. Er schreibt diesen Brief an seinen geistlichen Sohn Timotheus, an einen jungen Mann, dem er zum Glauben führen durfte, den er unterrichten durfte, den er lehren durfte, der mit ihm durch die Gegend gezogen ist, um das Evangelium zu verkünden, um Menschen zum Glauben zu führen. Er schreibt ihm hier, weil Timotheus mittlerweile eine verantwortungsvolle Aufgabe hat, eine Gemeinde, ja wahrscheinlich sogar mehrere Gemeinden, kleinere Gemeinden zu betreuen, zu leiten, zu führen. Und Paulus schreibt wahrscheinlich aus dem Gefängnis heraus, er ist schon alt geworden, er ist nicht mehr frei, umherzuziehen, wie er gerne möchte, sondern er ist im Shutdown. Und das ist so wichtig, wenn wir uns die Briefe von Paulus anschauen, die er im Shutdown im Gefängnis geschrieben hat. Sie sind nicht depressiv. Ja, sie sind von der Sehnsucht geprägt und wir finden immer wieder Ausdrücke der Sehnsucht. Ach, dass ich euch wiedersehen möge, dass Gott mir das schafft. Er betet da immer wieder für. Und diese Sehnsucht, die ist gut, die ist schön. Diese Sehnsucht, zusammen zu sein, sich in die Arme zu schließen, ist was Wunderbares, was Gutes. Dazu hat Gott uns geschaffen. Ja, noch mehr, er hat uns dazu erlöst, dass wir Gemeinde sind, ein Leib, ein Herz und eine Seele. Nicht nur miteinander, sondern mit ihm. Also Paulus schreibt das hier nicht als aus eigener Mission heraus eigenmächtig, sondern er schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist, als Apostel, als Gesandter, als Botschafter Jesu Christi, als Botschafter des Christus Jesus. So steht es oft auch in dieser Reihenfolge. Und das erinnert uns daran, dass Christus nicht Jesus' Nachname ist, sondern dass es ein Titel ist. Er ist der König, der Gesalbte. Ich finde das schön, so zu lesen, irgendwie mag ich das gerne so in der letzten Zeit, statt Christus König zu lesen, weil es mich das irgendwie zum Nachdenken bringt, weil mich das irgendwie nicht so, das so selbstverständlich hinnehmen lässt. Paulus, ein Gesandter, ein Botschafter des Königs Jesus. Als solcher schreibt er hier, wenn er sagt, ich ermahne nun. Er schreibt nicht, so möchte ich es gerne in der Gemeinde haben. Ich, Paulus, in meinen Gemeinden, die ich gegründet habe. Nein, er ist nur ein, an anderer Stelle sagt er, ich bin ein Sklave des Königs Jesus. Ich bin ein Diener. Es ist nicht meine Gemeinde. Er sagt zu den Ältesten in der Gemeinde, in Ephesus, sagt er, er hütet nun die Gemeinde Gottes, die er sich erkauft hat, durch sein Blut. Es ist seine Gemeinde. Und in dieser, seiner Gemeinde, sollen bestimmte Dinge getan werden. Das ist wichtig. Es gibt Dinge, die wichtig sind, die Priorität haben. Ich ermahne nun vor allen Dingen, sagt Paulus in 1. Timotheus 2. Was ist das? Wozu Paulus ermahnt? Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass ihr gut gekleidet zum Gottesdienst kommt. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass ihr das Neueste von Neuem an technischem Equipment dabei habt. Das lieben wir unsere technikaffinen Geschwister. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass ihr möglichst viel die Bibel auswendig lernt und könnt und allen diese eure Fähigkeit vorführt. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Vor allen Dingen. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass Paulus hier spricht von Prioritäten. Was hat Priorität? Was soll Priorität haben? In unserem Leben, in unserer Gemeinde. Wisst ihr, das ist doch ein wichtiges Thema, auch für jeden Menschen heute. Was sind eigentlich die Prioritäten in meinem Leben? Und es wird immer wieder gesagt, es ist wichtig, dass du die Prioritäten richtig setzt. Und es ist Gott auch wichtig, dass wir die Prioritäten, er spricht immer wieder von Dingen, die wichtig sind, die zuerst gemacht werden sollen. Und das ist das Wort, was hier steht. Proton, Proton, zuerst. Das Erste, das Wichtigste. Und dieses Wort kommt an vielen wichtigen Stellen in der Bibel vor. Und ich möchte erst mal eine Stelle aufschlagen, die uns den Gesamtzusammenhang, auch von diesem Wort, warum ist Gott das so wichtig, dass wir beten? Lass uns Matthäus 6, Vers 33 aufschlagen. Jesus lehrt uns, seinen Jüngern, dass es Prioritäten gibt im Leben. Und diese Prioritäten sind nicht die Prioritäten, die wir so oft setzen. Hauptsache gesund. Das ist das Wichtigste. Gesund. Hört man viel heutzutage, oder? Unsere ganze, die ganze Situation, in der wir leben, die ganze politische Situation, ist unter diesem Gesichtspunkt. Hauptsache gesund. Hauptsache am Leben bleiben. Das ist das Wichtigste. Die leibliche Unversehrtheit, das Leben, das Recht auf Leben, das muss geschützt werden. Also Hauptsache gesund. Da ist diese böse Krankheit. Wir müssen uns davor schützen. Hauptsache gesund. Du wirst in der Bibel diesen Satz nicht finden. So wichtig die Gesundheit auch ist. Guck mal, Jesus ist gekommen und was war einer seiner wichtigsten Dienste? Menschen gesund zu machen. Also Gesundheit ist nicht unwichtig. Das Leben ist nicht unwichtig. Nein, Gott hat das Leben geschaffen. Es ist sehr wertvoll in seinen Augen. Es ist nicht unwichtig. Das habe ich damit nicht gesagt. Für Gott ist das Leben sehr wichtig. Aber es ist nicht das Wichtigste. Nicht das Erste. Was ist denn das Wichtigste? Matthäus 6, Vers 33. Die ganze Passage davor lehrt Jesus über diese Dinge. Essen und trinken. Etwas anzuziehen haben. Die lebensnotwendigen Dinge. Das, was ich brauche für meine Existenz. Das ist doch das Wichtigste. Darum muss ich mich doch sorgen. Darum muss ich mich doch kümmern. Ja, aber Jesus sagt, es gibt etwas, was wichtiger ist. Es gibt etwas, was dir wichtiger sein sollte. Das sagt er in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Zuerst. Vor allen Dingen. Was ist es, was uns zuallererst und vor allen Dingen bewegen soll? Das Reich Gottes. Und da steht im Griechischen ein Wort, was das Wort König beinhaltet. Das Königreich Gottes. Die Königsherrschaft Gottes. Dass Gott König ist. Durch seinen Christus. Durch seinen Gesalbten. Durch den König Jesus. Das sollte das Wichtigste für dein Leben sein. Dass Gott König ist. Egal. Alles andere steht hinten an. Jesus hat es seinen Jüngern mal so gesagt in Matthäus 10. Selbst wenn sie dir das Leben nehmen. Es ist wichtiger, dass du deinem König treu bist. Zuerst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann kommt eine wunderbare Verheißung. Nämlich diese ganze Sorge, die uns beschäftigt. Diese wichtigen Lebensdinge. Gesundheit. Arbeit. Das Brot, was ich essen soll. Die Kleidung, die ich bezahlen muss. Die Sorge um mein Leben. Und das Leben der Mitmenschen um mich herum. Ja, das ist alles wichtig. Aber es gibt einen, der dafür gut sorgt. Das ist nämlich der Vater im Himmel. Er gibt dir die Kraft, dass du arbeiten kannst. Er gibt dir die Möglichkeiten, dass du arbeiten kannst. Er erhält dir deine Gesundheit. Er bewahrt dich vor der Seuche. Das heißt nicht, dass du dich auf dein Sofa setzen kannst, die Beine hochlegen kannst und dir jetzt die Trauben in den Mund fallen lassen kannst. Ein Gott möchte, dass du mitwirkst, mitarbeitest. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es muss nicht die oberste Priorität sein. Du musst dich nicht hin und her wälzen in deinem Bett, nur weil du jetzt keine Arbeit mehr hast. Du musst nicht glauben, dass alles verloren ist, weil du dich mit Covid-19 angesteckt hast. Oder vielleicht auch irgendeine ganz andere schlimme, vielleicht noch viel schlimmere Krankheit. Jesus sagt, das Wichtigste ist das Reich Gottes. Das Wichtigste ist, dass Gott dein König ist. Wenn Gott dein König ist, dann kannst du alles andere in seine Hand vertrauensvoll legen. Darüber haben wir die letzten Wochen gesprochen, als wir Römer 8 uns angeschaut haben. Diese wunderbare Zusage, diese Gewissheit, ich bin von Gott erwählt, er liebt mich, er lässt mich niemals los, wie wir vorhin gesungen haben. Er ist mein guter Hirte, ich bin in seiner Hand, niemand wird mich aus seiner Hand reißen. All diese wunderbaren Verheißungen. Und diese Verheißung bezieht sich auf alles, auf das diesseitige Leben, aber darüber hinaus ein ewiges Leben, die ewige Gemeinschaft. Der Tod ist nicht mehr bedrohlich, brauche keine Angst mehr vor dem Tod zu haben. Ostern, wie wunderbar. Aber das Ganze kannst du nur haben im Gesamtpaket. Wenn Gott dein König ist, wenn du ihn als deinen Herrn annimmst, wenn du sagst, ja, ich vertraue dir mein Leben an, ich lege alle meine Sorgen, meine Not, meine Angst, ich lege es alles in deine Hand. Das ist die Art und Weise, wie wir Gott zu unserem König machen. Wenn wir ihm vertrauen, durch den Glauben. Durch den Glauben wirst du gerettet. Durch den Glauben sind wir erlöst. Durch den Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade. Durch den Glauben sind wir Kinder Gottes. Durch das Vertrauen in seine Fürsorge für uns. Und das sind die beiden Seiten der Medaille. Was mein Leben angeht, mein Wohlergehen angeht, vertraue ich dem Herrn. Aber sein Reich, das ist das Wichtigste für mich. Dass sein Reich sich ausbreitet, seine Herrschaft sich ausbreitet. In meinem Leben und in dem Leben meiner Mitmenschen. Seine Liebe, seine Herrschaft der Liebe, dass sie sich ausbreitet. Das ist das, was mich zuerst und vor allen Dingen bewegen soll. Deswegen hat Jesus die Jünger gelehrt, wenn ihr betet, dann betet so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Worum geht es zuerst im Gebet? Um Gott, um sein Reich, um seine Herrlichkeit. Das ist das Gebet eines Jüngers Jesu, einer Jüngeren Jesu. Du zuerst, Gott. Du zuerst. Wisst ihr, das ist einer der Titel von Jesus in der Offenbarung. Er sagt, ich bin der Erste. Ich bin der Erste und der Letzte. Und das ist so viel, also da steckt so viel drin, so viel Bedeutung drin. Er ist der Erste. Paulus hat die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Johannes hat es auch erkannt durch den Heiligen Geist. Boah, Jesus, der war ja schon vorher da. Er hat es selber gesagt. Aber sie haben nochmal durch den Heiligen Geist diese großartige Offenbarung. Jesus war am Anfang dabei bei der Schöpfung. Er ist der Anfang. Er ist auch Mitschöpfer, mit Gott, dem Vater zusammen und dem Heiligen Geist. Er ist das Wort, durch das alles gemacht wurde. Dass er aber der Anfang ist, hat auch eine Wertbedeutung. Er ist das Wichtigste. Er ist das Zentrum. Auf ihn hin ist alles geschaffen. Er ist auch der Erste der Auferstandenen von den Toten. Das ist auch, dadurch ist er auch der Erste. Wenn es also eine Frage nach Prioritäten in unserem Leben gibt, dann sagt Gott, unser Schöpfer, Priorität Nummer eins, dein König, Jesus. Alles andere ist dem untergeordnet. Alles andere steht hinten an. Zuerst Jesus. Und weil das so ist, weil es zuerst um unseren König geht, darum ist es wichtig, dass wir ihm Raum geben, um zu uns zu sprechen. Dass wir die Audienz suchen mit unserem König. Täglich. Und dafür ist es wichtig, dass wir in diesen Kampf eintreten. Wisst ihr, weil der Teufel will nicht, dass wir uns unserem König Jesus unterordnen. Dass wir die Priorität in unserem Leben richtig setzen. Er möchte, dass wir die Prioritäten falsch setzen. Weil wenn du die Prioritäten falsch setzt, dann kann sich die Herrschaft Gottes in deinem Leben nicht so ausbreiten, so heilbringend, so erfüllend. Wenn du die Prioritäten falsch setzt, dann verhinderst du, dass der Segen Einfluss hat in dein Leben. Du ordnest dich am Ende einem anderen König unter. Und das kann so unterschiedlich aussehen. Es kann sich darin zeigen, dass dein Hobby dein König ist. Dein Hobby regiert. Am Ende ist es deine Begierde, deine Freude, deine Erfüllung, die du in deinem Hobby hast. Letztendlich ist es egozentrisch und am Ende ist es der Teufel, der dabei regiert, weil wir uns durch unsere sündhaften Begierden selbst zugrunde richten. Zuerst mein Hobby. Zuerst WhatsApp. Zuerst meine Freunde. Zuerst meine Familie. Jesus hat das mal ganz heftig auf den Punkt gebracht, denn das ist etwas, was ja eigentlich für alle Menschen auch so verständlich ist. Na klar, Familie geht doch vor. Zuerst meine Frau. Zuerst meine Eltern. Zuerst meine Kinder. Das ist doch das Wichtigste. Wisst ihr, was Jesus dazu gesagt hat? Er hat gesagt, wenn du deine Eltern, deine Liebsten, deine engsten Verwandten, die, die dir am nächsten stehen, wenn du sie nicht hast, dann kannst du nicht mein Jünger sein. und kannst mir nicht nachfolgen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Er treibt es auf die Spitze. Aber wisst ihr was, warum er das tut? Er macht es nicht, weil wir tatsächlich unsere Mitmenschen hassen sollen und irgendwie sie ablehnen und von uns stoßen sollen, sondern es geht um die Prioritäten. Was hat Priorität in deinem Leben? Was kommt zuerst? Zuerst das Reich Gottes. Zuerst die Königsherrschaft Gottes. Zuerst Jesus. Mein König zuerst. Und deswegen, weil das so ist, soll das Gebet zuerst kommen. Zuerst das Gebet. Weil das die Möglichkeit ist, wie ich dieses Fleisch bezwingen kann. Weil mein Fleisch will immer dahin, dass ich mich zuerst um mich kümmere. Dass ich zuerst meinen Impulsen folge. Dass ich meinen Begierden nachgehe. Dass ich meine Freude suche. Meine Erfüllung suche. Ich stelle das alles hinten an. Wenn Jesus die Nummer eins ist, dann stelle ich das alles hinten an und sage zuallererst, Herr, was willst du? Was ist dein Wille? Denn dein Wille geschehe. Und Gott will nicht, dass wir dumm sind, sondern dass wir verstehen, was der Wille des Herrn ist. Also wir beten nicht aufs Grate Wohl. Ja, dein Wille geschehe. Ich weiß ja nicht, was du willst und es ist mir auch egal, was du willst. Aber Hauptsache dein Wille geschehe. Dein Wille ist ja gut. Nein, Gott will, dass wir erkennen, was sein Wille ist. Und dass wir uns darauf einlassen, dass wir uns das wünschen, was Gott sich wünscht. Und darum ist es so wichtig zu beten in diesen vielen verschiedenen Formen, wie es uns hier gesagt wird, weil uns das in die richtige Beziehung mit unserem König setzt. Hier steht in 1. Timotheus 2, Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Flehen, das sind ganz konkrete Bitten. Und das ist doch interessant, dass Jesus, als er uns dieses Vaterunser gelehrt hat, uns seine Jünger, dass er gesagt hat, dieser Anfang, und dann ganz konkrete Bitten, unser tägliches Brot gibt uns heute, ist die erste Bitte, die tatsächlich auf uns bezogen ist, wo es um uns geht. Ja, Gott, es ist wichtig, dass du was zu essen hast. Deswegen sagt Jesus, bitte darum. Bitte und dir wird gegeben. Und wir haben das total verlernt, weil wir ja nicht abhängig sind davon, dass uns unser täglich Brot gegeben wird, sondern wir haben es im Überfluss. Wir wissen nicht, wohin damit. Und so kann eine Zeit des Fastens uns helfen, uns daran zu erinnern, dass wir diese Dinge nicht selbstverständlich haben, sondern dass sie Gnadengeschenke Gottes sind. Wir fangen in dieser ganzen Zeit an, mehr zu beten. Und wir beten mehr für das Normale, für das Alltägliche. Wir beten in der letzten Zeit mehr für Regen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ob du das machst, ob dir das aufgefallen ist. Es hat wieder wenig geregnet in der letzten Zeit. Gestern hat es schön geregnet, wir haben uns gefreut, dass es geregnet ist. Wir haben einige Jahre hinter uns der Dürre. Das fällt nicht so auf, weil wir so guten Zugang zu den tiefen Quellen haben und da ist noch einiges zu finden. Aber der Grundwasserspiegel ist schon ziemlich weit unten. Wir haben schon Ernteausfälle. Wir merken das noch nicht. Die Regale sind noch voll. Wir kriegen ja alles. Und das lässt uns undankbar werden. Deswegen sagt Gott hier, ich will, dass du darauf bestehst. Ich möchte, dass in der Gemeinde, dass die Geschwister, die Kinder Gottes, dass sie vor allen Dingen bitten, um die ganz einfachen, ganz konkreten Dinge. Nicht einfach sich nehmen. Nicht einfach für selbstverständlich erachten. Das nehme ich mit. Nee, bitte sagen. Und danke. Das lernen wir doch unsere kleinen Kinder, oder? Sag bitte, sag danke. Das ist doch ein schönes Spiel. Bitte, danke, danke, bitte. So lernen wir es doch unsere kleinen Kinder. Wir machen ein Spiel draus. Und es macht Spaß. Es ist schön. Aber irgendwann, dann lernen wir es. Gewöhnen wir es uns ab. Wir nehmen uns einfach. Weil es geht ja. Man kann sich ja nehmen. Es ist ja keiner da, den man fragen muss. Und das zeigt nur unser gottloses Wesen. Wir haben den Schöpfer nicht vor Augen. Den, der alles geschaffen hat, der auch alles erhält. Dem alles gehört. Wir nehmen es uns einfach. Lass uns bitten. Lass uns danken. Ganz konkret. Für ganz konkrete Dinge. Gebete. Dieses Wort drückt einfach das aus, dass es eben nicht nur um Danke und Bitte geht. Wisst ihr, es ist ja ganz strange. Es gibt ja dieses Thanksgiving in Amerika. Das ist ja so ein Fest. Eigentlich ein wunderschönes Fest. Wunderbar. Das erinnert uns daran, dankbar zu sein für die guten Gaben. Das Erntedankfest kennen wir ja auch in Deutschland. Aber diese Feste, diese wunderbaren, guten Feste, die uns eigentlich näher zu Gott hinführen sollten, sie stehen auch unter einem Säkularisierungsprozess, sagt man dazu. So ein Verwältlichungsprozess. Und dann sitzt die Familie um den Essenstisch und sie sagen, so jetzt muss jeder mal Danke sagen. Und dann sagt jeder Danke. Oh, ich bin dankbar für das und das. Ich bin dankbar für das und das. Und dann sagt jeder, wofür er dankbar ist, aber keiner dankt. Weil kein Glaube mehr da ist, weil keine Beziehung zu Gott mehr da ist. Bitte und Dank bezieht sich auf eine Person. Es ist Ausdruck der Beziehung und das drückt das Wort Gebet aus. Es ist bezogen auf Gott. Es ist die Kommunikation mit Gott. Wir haben es mit dem allmächtigen Gott zu tun. Er ist der, der alles geschaffen hat. Der herrliche, der heilige Gott. Und gleichzeitig unser Vater in Jesus Christus, unser guter Hirte, unser bester Freund. Kennst du ihn? Wie wir vorhin gehört haben, Wanya hat es gesagt, je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr liebe ich ihn. Gerade wenn wir schon lange im Glauben sind, denken wir doch immer oder werden wir immer wieder dazu verführt, ach ja, ich weiß nicht schon alles, kenne ich schon alles. Lass uns echt dafür beten, dass Gott uns diese Sehnsucht ins Herz geht, gibt ihn mehr kennenzulernen, ihn noch mehr zu kennen, damit wir ihn noch mehr lieben können. für flehen, gebete, fürbitten, Danksagungen. Ja, es geht eben nicht zuallererst um mich. Es geht zuerst um Jesus. Dann geht es auch darum, dass ich meine Sorgen auf ihn werfe, wie es in Philippa 4, Vers 6 heißt. Das können wir auch noch mal kurz aufschlagen. Philippa 4. Entschuldigung. Da steht, ich lese mal ab Vers 4, Freut euch im Herrn alle Zeit. Paulus im Shutdown. Freut euch im Herrn alle Zeit. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nicht die Freude an euren tollen technischen Geräten. Nicht die Freude über, was weiß ich, bei manchen Schülern ist vielleicht im Moment eigentlich eher Freude, dass es schulfrei ist. Aber so richtig schulfrei ist ja auch nicht. Du musst ja trotzdem irgendwie eine Menge zu Hause machen. Freut euch im Herrn alle Zeit. Egal was kommt, du kannst dich immer freuen, weil du den Herrn der Herren, den Schöpfer des Universums, den allmächtigen Gott an deiner Seite hast. Er ist für dich, er ist dein Hirte. Darüber kannst du dich immer freuen. Und David betet, erneuere mir die Freude an deinem Heil. Wenn du diese Freude nicht hast, wenn du merkst, mir mangelt irgendwie diese Freude, ja, unser Gebet ist eine Sache. Herr, lass mich wieder neu Freude an dir, an deinem Heil gewinnen. Herr, erfülle mich mit deinem Geist, dass ich wieder neu begeistert davon bin, nach deinem Reich zu trachten. Dass ich wieder neu bewegt bin, dass ich ein ein Mitglied in der göttlichen Familie bin, dass ich Teil des Königreichs Gottes bin, dass ich einen wunderbaren König habe. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Wie gesagt, Paulus im Gefängnis, kurz vorm Todesurteil. Freut euch. Ich will es noch mal sagen. So sehr ist er erfüllt von der Freude des Herrn. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Er ist nicht fern. Er ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also das zeigt uns, Paulus, wie wichtig es ist, dass wir unsere Sorgen auf Gott werfen, dass wir es aktiv tun, dass wir sie abladen bei ihm. Petrus sagt es auch, werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. So ein wichtiger Anteil in der Königsherrschaft Gottes ist, dass wir unsere Sorgen und Nöte bei ihm abgeben. Dass wir nicht weiter davon bestimmt sind, dass wir nicht darum kreisen, dass es das Sorgen machen, was zerstörerisch ist. Sich da drum drehen und drum drehen und drum drehen und immer weiter nach unten singen. Gott will dich freimachen davon. Dein König möchte, dass du unbeschwert, unbelastest, in den Krieg ziehst mit ihm. Den Wettlauf läufst. Also, lasst eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir das tun, dann wird Gott uns die Last abnehmen. Und dann macht er uns frei für das, worum es hier eigentlich geht, nämlich für die Fürbitte, für das Gebet für alle Menschen. Warum will denn Gott, dass wir für alle Menschen beten? Das steht in Vers 4 oder Vers 3. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Ziel, es ist Gottes Wunsch, es ist Gottes Herz, das ist unser Rettergott, das ist unser König. Er zieht in den Krieg gegen die Finsternis, um Menschen, Seelen zu erretten. Und das, was vor allen Dingen wichtig ist in dem Ganzen, ist nicht, dass du eine gut ausgeklügelte Evangelisation auf die Beine stellst, sondern dass du betest, dass die Gemeinde betet. Dass sie im Gebet ringt für die Menschen, die verloren sind, aber nicht als fromme Pflichterfüllung, sondern erfüllt mit demselben Wunsch, mit demselben Feuer unseres Königs. Das brennt für die Verlorenen. Jesus hat es auch in einem anderen Zusammenhang gesagt. Er hat gesagt, die Ernte ist groß, der Arbeiter sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aus sende in seine Ernte. Unsere Aufgabe ist das Gebet. Das ernsthafte Gebet. Und das Gebet eines Gerechten, das ernsthaft ist, vermag viel. Wenn du dich sehnst, dass bestimmte Menschen zum Glauben kommen, dann bete. Das ist der Weg, den Gott uns eröffnet hat. Und wenn du durch das Gebet den Schub bekommst, hinauszugehen, und das haben die Jünger erfahren, sie haben gebetet, sie haben gesagt, wir sind ängstlich, wir haben Angst, sie bedrohen uns, sie wollen nicht, dass wir das Wort Gottes freimütig weitergeben, dass wir von Jesus erzählen, sie wollen das nicht, sie machen uns Angst. Was haben sie gemacht? Sie haben gebetet. Und was hat Gott gemacht? Er hat sie mit dem Heiligen Geist erfüllt, sodass sie das Wort mit Freimut weitergegeben haben. Die haben da gar nicht groß drüber nachgedacht. Haben keine große Strategie sich ausgedacht, wie sie jetzt das Evangelium unter die Leutung bringen, sondern sie waren erfüllt mit dem Geist Gottes und haben es dann einfach gemacht. Wenn es nicht läuft, wenn es nicht funktioniert, wenn wir keine Menschen für das Evangelium erreichen, was müssen wir dann tun? Zuallererst, vor allen Dingen, beten. Beten. Ich denke immer an eine bestimmte Situation, habe ich glaube ich mal erzählt. Meine kleine Tochter, ich war irgendwie wegen irgendeiner blöden Sache so völlig in meinen Sorgen drin und wusste nicht mal eine raus, oh nein, wie soll ich das jetzt machen? Dann saß ich da morgens und meine Tochter sitzt, meine kleine Tochter sitzt am Tisch und rufe beten, 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 siebenmal oder so. Ich höre es nicht, ich höre es nicht. Ich bin so in meiner Sorgenschleife drin. Irgendwann kommt das plötzlich bei mir an. Und dann habe ich gebetet und Gott hat, ja, Gott hat einen Weg gebahnt. Meine Sorgen sind plötzlich wie so eine Wolke weg. Aber in dem Moment war die Wolke so dick, die Sonne war, das Sonnenlicht kam nicht durch, es war so fett. Aber durch das Gebet hat Gott so eine leichte Brise aufkommen lassen und die Wolke ist weggeweht und die Sonne war wieder da. Aber auch wenn es, wie gesagt, um die Dinge des Reiches Gottes angeht, die Herrschaft Gottes, ist, Geschwister, wir können doch keine Menschen retten. Wir können Menschen nicht bekehren. Wir können Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen. Wir können ihnen das Heil nicht bringen. Wir haben nichts. Das, was wir haben, diesen Schatz des Evangeliums, ja, das können wir weitergeben, aber auch das, darin sind wir so schwach, so unfähig. Wir stehen doch Gott im Weg mit all unseren Unfähigkeiten, mit unseren Sünden, mit unserer Unvollkommenheit und ja, und dann sind wir nicht nur, nicht nur in Gottes Augen so schwach und unvollkommen, sondern wir sind auch in den Augen der Welt so unvollkommen, weil wir so, wir haben es einfach nicht drauf. und dann schauen die Leute auf uns herab. Ja, diese Freaks da, diese Christen irgendwie machen sich da irgendwie, der Typ da sitzt da und labert und guckt ständig an der Kamera vorbei und kriegt das nicht gebacken irgendwie. aber Gott gefällt es durch schwache Gefäße mächtig zu wirken. Der Weg, das ist aber nicht automatisch, der Weg ist übers Gebet, dass wir bitten und flehen mit Danksagung, nicht vergessen, was er Gutes getan hat. immer wieder daran denken. Das ermutigt uns auch, im Gebet zu bitten, wenn wir daran denken, was hat er denn schon alles getan? Wie hat er denn schon eingegriffen? In der Geschichte. Wir lesen es in der Bibel. Wir hören es in den Geschichten aus von unseren Vorvätern und Müttern, die mit Jesus, mit unserem König gegangen sind. Wir können es einander weitersagen, die ganzen Zeugnisse. Es ermutigt uns zu beten. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Christus, Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nation in Glauben und Wahrheit. Paulus war getrieben, wovon? Von der Liebe Gottes, von dem Auftrag Gottes. Er war ein Botschafter, ein Gesandter. Er war einer von den Arbeitern, die ausgesandt worden sind in die Ernte. und das, was er bringen konnte, was er den Menschen bringen konnte, war dieses wunderbare Evangelium. Es gibt diesen König, der sein Leben selbst gegeben hat für uns, damit wir erlöst sind, damit wir befreit sind von der Last unserer Sünde. Dass wir dem heiligen und gerechten Gott entgegen gehen können, dass wir ja sogar seine Kinder werden können, dass wir den heiligen Geist empfangen dürfen und ewiges Leben ist alles das Verdienst unseres Königs, der sich selbst als Lösegeld gab. Das Wichtigste ist Jesus. Das Wichtigste ist das Gebet. Deswegen, lass uns diesen Tag nehmen und nicht eine fromme Pflichterfüllung daraus machen. Sondern lass uns darum ringen, dass unser Herz wirklich erfüllt wird. An einer Stelle wird der heilige Geist der Geist des Flehens und des Gebets genannt. Ein Geist, der uns, wie Paulus sagt in Römer 8, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Lass uns darum beten, dass Gott uns die Prioritäten richtig setzt. dass wir uns von Gott die Prioritäten richtig setzen lassen. Dass wir unserem König Jesus gehorsam sind, darin, was die oberste Priorität sind. In unserem Alltag, dass wir morgens anfangen, ihm die erste Stelle geben in unserem Leben. Ihn zu suchen, ihn zu bitten, ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu fragen, uns von ihm leiten zu lassen, in unseren Alltag hinein, in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Ehen, ihm die erste Stelle zu geben und auch dem Gebet. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden. Für alle Menschen. Für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das ist was, was ich echt empfinde. Ich habe das so viel gemacht, wie noch nie zuvor. Es ist eine gute Lehrzeit dafür, für die Obrigkeit zu beten, für die Regierungen. Wisst ihr, sie sind nicht unsere Feinde. Gott hat sie eingesetzt. Und sie sind nicht perfekt, sie machen Fehler. Aber Gott ist fähig, ihre Herzen wie Wasserbäche zu lenken. Und so ist es unsere Sache, zu beten für unsere Regierung, dass sie weise Entscheidungen treffen, jetzt in dieser Zeit, die so schwierig ist. Und es ist so wichtig, dass wir für die Menschen um uns herum beten, die selber nicht beten können, die keinen Zugang zum Thron der Gnade haben, zum ewigen Vater, zum Herrn der Herren. Wir sind in dem Sinne Priester, die diesen Priesterdienst ausüben sollen. Lasst uns das tun, heute an diesem Tag, aber auch darüber hinaus, dass es die wichtige Sache, die wichtigste Sache in unserem Leben ist, als Christen, dass wir beten, dass wir unseren König Jesus suchen, dass wir ihm die Ehre geben in allem. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns errettet hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast, als wir noch Sünder waren und gottlos, als wir nur um uns selbst gekreist sind, als es nur um mich ging, um mein Wohlbefinden. Vielleicht noch um die, die ich um mich herum habe, die ich gerne bei mir habe, deswegen möchte ich sie auch nicht verlieren, deswegen soll es denen auch gut gehen. Herr, bitte hilf du uns, dass dein Herz mehr unser Herz wird. Wir wollen dir alle unsere Sorgen und Nöte bringen jetzt. All das, was uns beschäftigt, was uns bewegt, persönlich, unsere Ängste um unser Leben, um die Zukunft. Herr, ich preise dich, ich danke dir, dass du uns Zukunft gibst. Danke, dass wir sicher sein können, dass du deine Verheißungen wahr machst in unserem Leben. Danke, dass wir ja, den mächtigsten König auf unserer Seite haben. Herr, wir wollen uns auch auf deine Seite stellen. Wir wollen hören, wir wollen lernen von dir, wir wollen dir folgen und wir wollen diesen Dienst, das, was du uns aufgetragen hast, das Wichtigste, das wir tun sollen. Wir wollen diesen Dienst der Fürbitte für die Menschen um uns herum, wir wollen sie tun, Herr, dass sie Rettung und Heil erfahren, wie wir es auch erfahren haben. Wir wollen einsteigen in diesen Kampf, mehr als je zuvor, Herr. Hilf du uns, dass wir nicht nachlassen. Herr, lass du diesen Tag echten Anfang sein eines Dienstes, den wir so intensiv tun wie nie zuvor, hilf du uns, dass wir das werden, wozu du uns bestimmt hast, dass wir Beter werden, alle miteinander, dass es nicht nur diese besondere Truppe von Leuten gibt, die immer so gerne beten, sondern dass wir es alle sind, Herr. Weil du oberste Priorität in unserem Leben hast, weil dein Wort oberste Priorität hat. Bitte hilf du uns, Herr, erfülle du uns mit dem Geist des Flehens und des Gebets. Amen.